Mein kulinarischer Tipp zur Weihnachtszeit ist, wenn es bei uns zu Hause Barberie Entenbrust gibt, die ich auf dem Wochenmarkt kaufe, dann setzen wir eine schöne Soße dazu an. Und ganz zum Schluss verfeinere ich die Soße mit etwas Lebkuchen, umhüllt mit dunkler Schokolade, 100 Gramm circa, 50 Gramm Spekulatius Feingreben. Das gebe ich zum Schluss nochmal in die Soße, lasse es etwas aufkochen und dann servieren wir das wunderbar weihnachtlich und es schmeckt ganz hervorragend.